Hallo und herzlich willkommen bei meinem 10. Comic Review Video. Diesmal gelesen habe ich The Creech. Ist in den 90er mein Infinity Verlag erschienen. Ist mit drei US-Heften abgeschlossen, die auch alle drei hier drin sind. Und die Aufmachung gefällt mir schon mal sehr gut. Hier ist ein bisschen ausgestand, der Schriftzug auch. Die Papierqualität ist sehr gut. Das Ding ist von Greco Pulo gezeichnet und geschrieben. Das war auch das erste Werk, wo Greco Pulo als Autor tätig war. Lade ist es nicht mehr wie gut gezeichnet. Die Story ist total belanglos. Also es geht halt um ihn hier. Das ist The Creech. Ein Klon von einem Fotos von dem Professor, den man hier unten sieht. Der hat mit seiner Frau, die auch verstorben ist in der Schwangerschaft, irgendwie eine Fehlgeburt. Gerade daraus wurde der Klon mit Alien-DNA gekreuzt. Im Laufe der Geschichte bricht halt dieser Klon aus, der aus Killen ausgerichtet ist. Und die Aliens wollen ihre DNA wieder haben, weil sie bei dem Ausbruch von The Creech mit ausbrechen. Totale Scheißgeschichte. Also total belanglos. Ich musste mich hier total durchquälen. Obwohl das nur drei US-Hälfte sind, habe ich tierisch lange gebraucht, das fertig zu lesen, weil ich es einfach so schlecht fand. Story-Technisch eine 1 von 5. Von dem ganzen Design her und auch von der Zeichnung her ist es auch schon eine 3 von 5. Allerdings rate ich vom Kauf hiervon ab, weil es echt nicht gut ist. Dann habe ich gelesen, Batman Sonderband 44. Steht ein Schatten von Forever Evil. Ark & War heißt das Ding, da ist die komplette Miniserie drin, plus noch einen One-Shot. Und zwar geht es hier darum, das steht halt passiert, während die Secret Society die Welt übernommen hat. Das sind die bösen Helden von Erde 3 und alle Verbrecher aus dem Blackgate und aus dem Arkham Asylum befreit haben. Bane macht sich halt auf, um mit Hilfe von Talons die ganze Stadt Rassum City an sich zu reißen. Und trifft dann auch Leute wie Pig, Manbad und so weiter. Sehr geil gezeichnet. Ist von Peter Tomasi geschrieben. Der hat auch Red Lanterns geschrieben und Batman und Robin. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, schreibt er aktuell sogar Swamp Thing. Autor, der vorher nie so aufgefallen ist, aber der Zeichnung New 52 finde ich ihn sehr gut. Der ganze Band ist auch ganz gut erzählt. Ich will das nicht zu sehr spoilern, weil das Ding noch recht aktuell ist. Ist ein rundes Ding. Ich finde es gut geschrieben, ist gut umgesetzt. Hier sieht man so eine Stelle, wo dann die anderen Verrückten, die sich mit Bane um die Stadt streiten. Die ganzen Arkham Insassen selber auch Venom zugefügt haben, um so Kräfte zu bekommen wie Bane. Ein cooles Storyline ist für das Event Forever Evil komplett verzichtbar. Allerdings ist es eine schöne Sache für Batman-Fans, vor allem für Bane-Fans, der auch eine ganze Zeit lang im Batman-Kostüm unterwegs ist während dieser Geschichte, weil er gemerkt hat, dass Batman halt mehr Respekt auf der Straße hat. Um den Leuten mehr Angst zu machen, zieht er sich dann selber auch ein Batman-Kostüm an. Sehr cooler Band, cool gezeichnet, gut geschrieben. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, kommen von mir 4 von 5 Punkten, würde ich den Ding schon geben, weil es mich sehr gut unterhalten hat. Dann habe ich gelesen, das aktuelle Avengers-Heft, was im Schatten von Original Sin steht und wunderschön gezeichnet ist. Also die Zeichnung gefallen mir sehr gut. Es geht halt darum, dass Captain America einen Traum hat und sich an etwas erinnert, was aus seinem Gedächtnis angelächtet wurde von den Illuminati, was die New Avengers sind. Und zwar, da geht es darum, dass andere Parallelwelten auf unsere stoßen können und die New Avengers, die Illuminati, halt immer dafür sorgen, dass diese Weltärden zerstört werden. Die sind dabei nicht wirklich glücklich, das machen die aber, um unsere Welt zu beschützen. Und Captain America war halt bei einer Aktion dabei gewesen, wo er mit den Infinity-Steinen, wobei der Stein der Zeit zerbrochen ist, auch eine Welt zerstört hat und kam damit nicht klar. Deswegen hatten sie ihnen halt das Gedächtnis gelöscht. Das kriegt er langsam die Erinnerung wieder und möchte dann halt Tony Stark zur Rede stellen. Und dabei geraten die in eine Zeitreise, wo sie in eine ferne Zukunft kommen, wo sie dann halt auf die Avengers der Zukunft treffen, die denen auf ein paar Sachen hinweisen, was dann noch passieren wird, bevor sie den nächsten Zeilsprung machen. Viel mehr möchte ich hier überhaupt gar nicht erzählen, weil das Heft ist hier mit Februar datiert, das ist ganz aktuell. Hat mir gut gefallen, allerdings ist bei den Avengers die Sache, dass man davon meistens am besten ein paar Hefte am Stück liest. Normalerweise brauche ich mal so bis ich vier, fünf Hefte von den Avengers habe und die dann am Stück lese, weil Hickman so verstrickt schreibt, dass man davon, genauso wie bei Mausen, am besten am Stück alles liest. Ich werde das Heft wahrscheinlich nochmal lesen müssen, wenn davon ein paar mehr Schienen sind. Trotzdem hat es mich gut unterhalten und kriegt von mir auch eine drei bis vier von fünf. Da muss ich erst abwarten, wie das dann mit den anderen Heften zusammen auf mich wirkt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Über einen Daumen nach oben auch. Haut da rein. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen.